Moin! Moin Leute! So, was haben wir heute? Ein Gewinnspiel und passend zum Motor Show Essen, die vor der Tür steht, wie ihr vielleicht wisst, ist die vom 12. bis zum 10. Dezember nämlich, haben wir letztes Jahr dazu auch schon mal ein Gewinnspiel gemacht und das kam so gut an, dass wir überlegt haben, wir setzen noch mal einen drauf. Es gibt jetzt über fünf Jahre BWM als solches unter dem Namen, also insgesamt machen wir es schon viel länger, aber da will ich jetzt darauf eingehen. Wie gesagt, fünf Jahre BWM und die Motor Show gibt es 50 Jahre. Dann haben wir uns überlegt, fünf Freikarten verlosen? Langweilig! Also 50 Freikarten verlosen wir, die ihr gewinnen könnt auf unseren Social Media Kanäle. Das heißt, ihr könnt eure Chance verdreifachen, indem ihr auf jedem unserer Kanäle teilnimmt. Unten in der Beschreibung, hier im Video, findet ihr einen Link zu den einzelnen Kanälen. Wie das Ganze funktioniert und wie ihr gewinnen könnt, das erkläre ich euch jetzt. So und zwar auf YouTube macht ihr folgendes. Erstmal solltet ihr ein Abonnent von unserem Kanal sein. Wenn ihr das nicht seid, das kann man irgendwo hier oben steht abonnieren. Vielleicht können wir hier auch einen Button einbauen. Wenn das geht, dann bauen wir hier einen Button ein. Schwer. Gut, hier oben steht irgendwo abonnieren. Ihr abonniert unseren Kanal, wenn ihr das nicht schon habt. Und dann kommentiert ihr unten noch unter dem Video in den Kommentaren, warum ausgerechnet du oder ihr diese Freikarte braucht. Ganz einfach. So, wir drücken euch die Daumen, dass ihr die Karten natürlich gewinnt. Wir freuen uns, euch auf der Motorschau begrüßen zu dürfen. Auch wenn ihr nicht gewonnen habt, freuen wir uns, euch natürlich zu sehen. Ihr findet uns in Halle 9 mit einem großen Stand, wo wir viel für euch aufgebaut haben. Ein paar Autos etc. An den Wochenenden werden wir gucken, dass wir alle da sind. Wenn ihr am Wochenende da seid, dann werdet ihr uns dort alle bei uns am Stand antreffen können. In Halle 9, wie gesagt. Ich denke, wenn ihr uns ein bisschen sucht, dann werdet ihr uns finden. Wir sind nicht allzu klein. Wir haben da, ich glaube, mit über vier Autos werden wir präsent sein und ein bisschen was aufbauen für euch. Und was wir natürlich auch da haben, unsere Möchendise, unsere Klamotten. Und da sehe ich gerade, ich habe noch was Altes an. Wartet mal. So, ja. Und hier der neue Hoodie. Passend zur Messe kommen auch noch neue T-Shirts. Findet ihr alles bei uns am Stand. Ja, bis dann, ne? Ja, genau. Bis dann. Freue mich. Tschüss. 2. bis 12. Dezember. Motorschau Essen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.